Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die aufregende Welt von SEO für Shopify. Robuste Strategien, um die Online-Sichtbarkeit zu erhöhen, den Web-Traffic zu steigern und letztendlich mehr Umsatz zu generieren. Wenn du neu auf Shopify bist, gibt es eine ernüchternde Wahrheit. Shopify ist kein Cheatcode. Es gibt keine magische Funktion, die all deine SEO-Probleme über Nacht löst. Du musst die Grundlagen von SEO verstehen und anwenden. Dazu gehören Effektives Keyword Research Wettbewerbsanalyse Gut formulierte Title-Tags Auch wenn Shopify einige Prozesse erleichtert, bleibt SEO für Shopify ein Bereich, in dem fundiertes Wissen gefragt ist. Es gibt keine Abkürzungen, um langfristig erfolgreich zu sein. Ein schneller SEO-Sieg auf Shopify liegt in der Platzierung im sichtbaren Seitenbereich. Besonders bei Kategorieseiten kannst du durch klug platzierte Inhalte sowohl den Nutzer als auch die Suchmaschine überzeugen. SEO für Shopify erfordert, dass diese Inhalte klar formuliert sind und sofort Relevanz für den Nutzer und die Suchmaschine signalisieren. Ein heißer Tipp Interne Verlinkungen zu anderen wichtigen Seiten sind ein Muss in jeder Shopify-SEO-Strategie. Dadurch hilfst du nicht nur deinen Kunden, sondern auch den Suchmaschinen, deine Seite besser zu verstehen und zu bewerten. Es ist essentiell, die Kontrolle über die Shopify-SEO-Prozesse zu behalten. Sowohl Google als auch Shopify sind mächtige Plattformen, doch auch sie können Fehler machen. Es ist wichtig, dass du dich nicht blind auf diese Systeme verlässt, sondern proaktiv deine SEO-Strategien umsetzt. Ein Beispiel dafür ist die korrekte Verwendung von Canonical URLs auf Kategorieseiten. Shopify generiert oft doppelte URLs, die Google verwirren können. SEO für Shopify bedeutet, dass du diese Probleme frühzeitig erkennst und behebst, um deine Suchmaschinen-Rankings zu verbessern. Einer der wichtigsten fortgeschrittenen Tipps ist die Umstrukturierung des Website-Headers. In vielen Shopify-Shops ist der Header überladen mit JavaScript, was es Suchmaschinen erschwert, die wichtigsten SEO-Informationen wie Title Tags zu priorisieren. Ein weiterer wertvoller Tipp für die Shopify-Suchmaschinen-Optimierung Nutze strukturierte Daten, um die Sichtbarkeit deines Shops in den Suchergebnissen zu verbessern. Damit sorgst du dafür, dass die Suchmaschine deine Seite besser versteht und für relevante Suchanfragen höher rankt. SEO für Shopify ist ein dynamisches Feld, das ständiges Lernen und Anpassen erfordert. In der SEO-Welt gibt es immer ein Auf und ein Ab. Was heute funktioniert, kann morgen schon veraltet sein. Deshalb ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben, Tests zu verfolgen und sich nicht auf alten Erfolgen auszuruhen. Für Schweizer Händler bedeutet das, SEO für Shopify erfordert ständige Anpassung. Shopify entwickelt sich weiter und mit ihm auch die Welt des SEO. Setze auf die richtigen Taktiken und passe deine Shopify-SEO-Strategien kontinuierlich an, um im Wettbewerb erfolgreich zu bleiben. Shopify ist kein Wundermittel für SEO, aber mit den richtigen Taktiken und einer soliden Shopify-SEO-Strategie kannst du große Erfolge erzielen. Die Kombination aus gut durchdachten Kategorieseiten, internen Verlinkungen und dem cleveren Einsatz von strukturierten Daten bringt dir einen klaren SEO-Vorsprung. Fordere jetzt deine kostenlose SEO-Analyse und ein kostenloses Erstgespräch an, um deinen Shopify-Shop auf das nächste Level zu heben. Auferein. Untertitelung des ZDF, 2020